Herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar der Webinarreihe Recht trifft Praxis. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier getroffen haben für ein sehr spannendes Thema, eines glaube ich auch der wichtigsten Themen aktuell und dieses Jahr. Im Groben geht es darum, wie viel SMART brauchen eigentlich unsere Bestandsgebäude und unsere zukünftigen Neubauprojekte und ich freue mich heute begrüßen zu dürfen Herrn Frank Knaffler, Head of Market Management, Building Technology und Industry Management und Automation. Dann Herrn Frank Schröder, Head of Facility Management, beide von Phoenix Contact Electronics. Meine Kollegin Julia Koller, die sich mit ja arbeitsrechtlich und datenschutzrechtlichen Sachen heute beschäftigen wird und ich würde dann jetzt direkt auch übergeben an Sie, Herr Knaffler und wir können gern starten. Ja, vielen Dank Frau Hoffmann für die kurze Einführung und auch noch vielen Dank im Grunde genommen für die für die Möglichkeit hier das darzustellen und gemeinsam im Grunde genommen versuchen, hier etwas Klarheit in das Thema zu bringen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die würde ich gerne mit Ihnen teilen und der Herr Schröder würde dann quasi den praktischen Teil übernehmen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen ganz kurz aber auch das Unternehmen Phoenix Contact vorstellen. Das wird aber nicht lange dauern. Was Sie hier sehen, ist ein sehr typisches Bild. Sie sehen auf dieser Folie unser Headquarter und es zeigt Ihnen schon, dass wir in einem sehr beschaulichen Blomberg sind. All das, was Sie hier sehen, sind Gebäude, die Phoenix Contact selbst baut, selbst betreibt und selbst besitzt. Wir sind ein mittelständisch geprägtes Großunternehmen. Das heißt, wir produzieren etwa 100.000 Produkte, selbst reine Eigenfertigung. Davon viele in Bad Blomberg und Bad Pyrmont. Wir sind an elf Produktionsstandorten tätig. Nicht unter der Perspektive Kostenreduktion, sondern immer unter der Perspektive produzieren nationale Produkte für nationale Märkte. So haben wir uns also aufgestellt. Also eine Vielzahl und ein Großteil unserer Wertschöpfung findet nach wie vor in Deutschland statt. Drei Viertel des Umsatzes haben wir im Ausland, 25 Prozent in Deutschland. Also Deutschland ist immer noch unser größter Markt. Wir beschäftigen etwa, ich sagte ja, ein mittelständisch geprägtes Großunternehmen. Wir beschäftigen circa 12.300 Mitarbeiter weltweit und davon die Hälfte in Deutschland und sind 100 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Das heißt, noch 23 Mal in Essen gegründet und in über 100 Ländern dieser Erde vertreten. Oder wie ich immer lapidar sage, wo immer Sie auf dieser Welt sind, Sie werden ein Phoenix Contact, ein Laden finden, ein Geschäft finden, eine Niederlassung finden, in der Sie ein Phoenix Contact Produkt kaufen können. Wir werden geführt durch ein Executive Board. Hier sehen Sie ganz kurz die Namen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen sechs Menschen, die im Grunde bei Phoenix Contact die gesamte Gruppe führen. Und das Besondere bei Phoenix Contact ist, dass all diese dort aufgeführten Menschen mindestens 10 bis 20 Jahre und noch länger bei Phoenix Contact tätig sind. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, im Grunde genommen aus den eigenen Reihen heraus, Führungskräfte und Führungspersonal zu entwickeln. Was produzieren wir eigentlich? Viele von Ihnen werden Phoenix Contact vielleicht das erste Mal gehört haben oder kennen. Das heißt, wir produzieren eigentlich im Wesentlichen alle Komponenten, Lösungen und Systeme, die man für die Verbindungstechnik, also die Verbindung zweier Drähte, im einfachsten Fall eine Klemme, für die Vernetzung, das heißt den Datenaustausch, die Datenkommunikation, industrialisierende Netzwerke und für die Automation, das heißt für die Steuerung und Regelung von Prozessen und auch Gebäuden einsetzen kann. 60.000 Produkte lieferfähig, 40.000 Produkte, weitere 40.000 Produkte kundenspezifisch lieferfähig. Das heißt, wir managen quasi in der Fertigung, in der Administration 100.000 Produkte, was im Grunde genommen eine hohe Zahl ist. Und Gottes Glücksgeschick haben wir eine hohe Fertigungstiefe, sodass praktisch die letzten drei Jahre, wo sehr viele darüber gestöhnt haben, dass sie Zulieferteile nicht bekommen, wir in der Lage waren, vieles selbst zu produzieren, bis auf die, ich sag mal, berühmten Chips, die aus China in einer unendlich langen Lieferzeit zur Verfügung stehen. Also, das heißt, wohin geht unser Weg? Wir glauben, dass quasi, das ist unsere Vision der All Electric Society, wir glauben, dass zukünftig Energie ausschließlich und nur regenerativ erzeugt wird. Das heißt, wir denken, dass das fossile Zeitalter sich dem Ende nähert und damit im Grunde genommen regenerativ erzeugte Energie vielleicht sogar in mittlerer Zukunft als reines Commodity zur Verfügung steht. Und um diese regenerative Energie entsprechend zu managen, zu steuern, den Energiefluss zu koordinieren, sehen wir uns als ein Unternehmen, das für die Lösungen für die Elektrifizierung, Vernetzung, Automatisierung genau dieser Steuerung, dieser Regelung des Energieflusses, der Steuerung und Vernetzung der Sektoren im Grunde genommen Komponenten und Lösungen zur Verfügung stellt. Was das im Gebäude bedeutet und wir springen jetzt mal ganz schnell rein in das Thema Gebäudeautomation, was das im Gebäude bedeutet und was man in einem Gebäude quasi, und das ist ja unser Thema, im Grunde genommen mit diesen Lösungen machen kann. Und wenn man das richtige Mindset hat, dann wie ein smartes Gebäude aussehen kann, das möchten wir Ihnen an dem Living Lab in Bad Pyrmont, das Sie hier sehen, im Grunde genommen zeigen, welches Herr Schröder gleich kurz vorstellt und verantwortet vom Facility Management und gleich vorstellt. Und wir behaupten jetzt mal mit viel Stolz, es ist eins der digitalsten Gebäude Europas. Und von daher würde ich jetzt den Ball rüberspielen zu dem Herrn Schröder. Ja, danke Frank. Ich hoffe, dass man meinen Bildschirm sieht. Vielleicht irgendwie ein kurzes Ja oder Nein. Passt das so? Ich sehe ihn. Ja, super. Danke für die Worte nochmal. Genau, ich kümmere mich um die Gebäude. Ich darf in diesem Fahrwasserverfolgungscontact schon seit 36 Jahren schwimmen und mich mit diesen tollen Produkten beschäftigen, kümmere ich um die Gebäudeperspektive. Klassischer Facility Manager. Ich finde das Thema Recht, Daten total spannend. Ich möchte Sie einmal kurz ein bisschen mit durch die Gebäude nehmen. Das hier sind unsere Gebäude. Wie Herr Knappler schon sagte, wir planen, bauen und betreiben die Gebäude dann selber. Und wir haben da gerade einen Paradigmenwechsel im Gebäudeumfeld. Ich möchte Sie einmal kurz mitnehmen in die Gebäude Wertverfolgungscontact. Das ist jetzt live, unsere Gebäude leidlich nicht. Ich nehme Sie mit nach Bad Pimmont. Wir sehen hier einmal wieder unsere vier Gebäude, wie eben das linke Gebäude schon 26 Jahre alt. Und wir haben ganz viele Daten zur Verfügung. Hier geht es an diesem Beispiel einmal Energiedaten. Ich sehe gerade, dass unsere PV-Anlage 1% des Stromverbrauchs heute produziert. Hier sehen wir unseren Stromverbrauch der letzten Tage. Ich vermute mal, dass wir heute Donnerstag haben. Das war das Wochenende. Also viele, viele Datenpunkte. Wir haben ungefähr pro Quadratmeter einen Datenpunkt. Und wenn ich Sie jetzt mit in das Gebäude nehme hier, sehen Sie zum Beispiel, dass unser Gebäude 4 hier gerade nach dem Pariser Abkommen gerade bei 1,6 Grad liegt. Also eigentlich fast, das macht das Gebäude die Welt besser. Viele, viele andere Daten. Ich sehe gerade, dass das Gebäude hier bei 7,4 Watt pro Quadratmeter läuft im Stromverbrauch. Und wenn wir dann mal ins Erdgeschoss reingehen, sehen wir jetzt hier den Grundriss. Sie können sich vielleicht eben noch an diese Perspektive erinnern. Hier ist der Aufzug. Und hier sehen wir jetzt die einzelnen Daten. Wir haben, also wenn ich Gewerke kaufe, wenn ich Geräte kaufe für das Gebäude, ist für mich die Kommunikationseigenschaft das Wichtige. Und ich sehe jetzt zum Beispiel hier einen Sofa. Ich sehe, dass dort jetzt keiner drauf sitzt. Aber ich sehe, was in den letzten Tagen dort, wie viele Leute dort gesessen haben. Hier muss viele Veranstaltungen gewesen sein an den Tagen, weil da war das Sofa sehr gut besetzt. Dieses hier wird wahrscheinlich ein Wochenende gewesen sein. Wir könnten uns jetzt aber auch zum Beispiel mal hier die Raumtemperaturen anschauen. Das ist noch relativ unspektakulär. Oder aber auch, Mensch, wo ist denn eigentlich Licht an in dem Gebäude? Und hier wird es jetzt noch immer schon interessanter. Wo ist denn der Raum besetzt und welcher Raum ist nicht besetzt? Und dann stellt sich halt auch die Frage, und so denken wir das Thema Daten und Digitalisierung. Welchen Besprechungsraum muss ich denn heute Abend reinigen? Und da komme ich von der Perspektive von der bedarfsgerechten, zu zustandsbasierten Wartung oder Reparatur. Weil wenn dieser Raum heute den ganzen Tag nicht benutzt wird, brauche ich auch in diesen Einigungsdienstlaster dort nicht reinzuschicken. Also hier sehen wir dann noch viele Perspektiven aus dem Besprechungsraum. Läuft der Beamer richtig? Eigentlich gar kein klassisches Gerät der Gebäudeleittechnik. Wie ist der Raum besetzt? Wie lange dauern die Besprechungen? Jetzt kommen wir schon genau in diesen Perspektiven vorbei, die durchaus auch spannend sind. Thema Datenschutz, wie gehe ich mit den Daten um? Wir glauben, dass das Thema Digitalisierung eine Chance ist, genau das Thema Klimaneutralität und CO2-Freiheit zu eruieren. Ich möchte noch einmal ein, zwei Perspektiven weiter mitnehmen. Das ist hier einmal dann zum Beispiel unsere wichtigste Maschine. Die Kaffeemaschine, auch die haben wir mit verbunden. Hier sehe ich gerade, in der Kaffeemaschine ist die Füllung nicht ganz so voll, aber es ist nicht ganz so wichtig, weil die stehen in der Kantine. Da habe ich noch eine zweite und die funktioniert richtig. Die Daten haben wir hier zur Verfügung. Wir stellen sie unserem Keterer zur Verfügung, damit der seine Prozesse optimieren kann. Wichtige Perspektiven, wir haben Daten und nutzen die darüber, dass wir den Prozess optimieren. Und wenn wir jetzt noch einmal kurz ins Produktionsgebäude gehen, dann sehen wir, dass wir dort auf dem Quadratmeter einen viel höheren Stromverbrauch haben. Und wir produzieren zurzeit noch unseren Strom zu 65 Prozent selber, hier mit einem Lockheizkraftwerk. Von der Datentiefe kann ich mir hier jetzt anschauen, dass die Motortemperatur in dem Zwölfzylinder gerade bei 503 Grad liegt. Billing IoT verstehen wir so, dass wir gewerkeübergreifend genau mit diesen Daten dann einen Mehrwert generieren. Eigentlich habe ich als Facility Manager keine technischen Herausforderungen mehr in dem Gebäudeumfeld. Wir betrachten das Gebäude ähnlich wie ein Handy. Das ist ein Betriebssystem fürs Gebäude. Ich nehme Sie jetzt noch einmal mit in die Produktion, dass wir einen Besprengungsraum gemanagt kriegen, habe ich Ihnen eben gezeigt. Jetzt gucken wir uns mal hier Maschine 14 an und wir sehen, dass wir dort eine ME-Gohäse gerade abspritzen auf einer Arbo-Kunstosspritzmaschine mit einem Phenyl-Kunststoff und mit diesen Perspektiven. Also wenn ich weiß, was ich morgen produziere als Facility Manager und ich weiß, wie morgen das Wetter wird, glaube ich auch, dass ich meinen Standort gut in den Griff habe. Ja, mit der Perspektive, Frank, würde ich mal wieder zurückgeben als kleinen Einblick in den Living Lab in den Standort. Ja, erstmal danke schön, Frank, für den kurzen Einblick. Ich kann dazu nur zum Ausdruck bringen, im Grunde, wenn Sie es wirklich live erleben wollen, herzlich willkommen in Bad Pürmont. Sowohl der Frank Schröder als auch ich stehen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns an, Sie können gerne vorbeikommen und dann werden wir Sie in dem Gebäude 4 mit allem begeistern. Die Frage ist natürlich im Grunde genommen, Herr Schröder hat es schon gesagt, wir sagen, wir bauen das Gebäude ein Building IoT, ein Gebäude Internet auf Dinge der Dinge ein. Und das ist die spannende Frage, wie man im Grunde genommen diese Kommunikationssilos, diese Kommunikationsebene, diese Kommunikationsgrenzen zwischen den Gewerken in Gebäuden durchbrechen kann. Und ich will das versuchen, mal ganz kurz nochmal darzulegen, damit Sie auch wissen, wo sich der Trend hin bewegt. Was Sie hier links sehen, ist eine klassische Automatisierungspyramide, wie sie, ich sage es mal, heute noch gebaut wird, aber vor zehn Jahren, vor 20 Jahren im Grunde genommen steht auf die Art Bahn. Das heißt im Grunde genommen, Sie haben unten auf der Ebene, da wo Sie sind, in Ihrem Besprechungsraum, in Ihrem Büro, in Ihrer Produktion entsprechende Feldgeräte, wie wir das nennen. Das heißt, das sind die Motoren, mit denen Sie Ihre Jalousien rauf und runter fahren. Das sind die Motoren, mit denen Sie Ihre Fenster aufmachen. Das sind die Motoren, die die Ventilatoren treiben. Das sind aber auch die Sensoren, mit denen Temperatur, Feuchte, Helligkeit gemessen werden. Also das klassische, in Anführungsstrichen, Gerät vor Ort, das im Grunde genommen das tut, wann Sie auf den Schalter drücken, das Sie möchten. Das Ganze wird gesteuert und geregelt durch die nächste Ebene, das ist die DDC-Ebene oder Automatisierungsebene. Das heißt, dort befinden sich die Steuerungen, in denen quasi die Anwendungen und Applikationen programmiert und hinterlegt sind. Die zum Beispiel heißen, wenn ich auf den Schalter drücke, soll das Licht angehen. Und wenn im Grunde genommen die Sonne stark scheint, dann soll das Licht bitte automatisch abgedimmt werden bzw. ausgehen. Weil wenn ich natürliche Beleuchtung habe, brauche ich eigentlich keine künstliche Beleuchtung mehr. Was Herr Schröder Ihnen gerade gezeigt hat, das Amalytics View, das heißt die Visualisierung, dessen aus der Perspektive, daraus man das gesamte Gebäude im Grunde genommen beobachten kann. Das ist die Leitebene. Dort fließen also alle Informationen aus der Steuerungstechnik zusammen, werden praktisch in Grafiken, in Animationen, in Bilder umgesetzt, um praktisch schnell verständlich einen Überblick zu bekommen, was in meinem Gebäude passiert. Also haben wir eine klassische Dreiteilung. Feldgerät, DDC-Ebene, Kommunikation zwischen Feldgerät und DDC-Ebene. Und wir haben eine Leitebene obendran. Wir glauben, wenn die Digitalisierung weiter voranschreitet, und das wird bis zum Ende dieser Dekade tatsächlich der Fall sein, dass wir dann diese DDC-Ebene nicht mehr haben. Das heißt, die Geräte, die Feldgeräte werden mehr und mehr smarter, schräger, intelligenter. Das heißt, die sind in einem Netzwerk miteinander verbunden, sodass ich keine zentrale Steuerungsinstanz mehr brauche, die dem Gerät sagt, wenn ich diese Informationen vom Sensor, vom Helligkeitssensor bekomme, dann habe ich einen Algorithmus auf meiner Steuerung laufen, im Grunde genommen, der die Beleuchtung in einen entsprechenden Wert einregelt, sondern der Beleuchtungssensor wird seinen Helligkeitswert dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Und der entsprechende Aktor, mit dem die Beleuchtung eingestellt wird, wird diesen Wert aufnehmen und wird dann wissen, dass er mit diesem Wert im Grunde genommen arbeiten kann. Das heißt, wir verteilen die Applikationen eigentlich mehr und mehr in die Intelligenz der Geräte. Okay. Da gibt es aber einen Zwischenschritt. Und dieser Zwischenschritt ist genau der Schritt, den Herr Schröder gesagt hat. Nicht alle Geräte sind heute im Grunde genommen in der Lage, das zu tun. Einige schon, aber das ist noch nicht so weit, dass man es vollumfassend machen kann. Das heißt, wir brauchen praktisch eine Migrationsphase. Und das ist genau das, was Sie hier gerade sehen. Das heißt, wir haben dann einerseits die smarten Devices, die miteinander direkt kommunizieren können, auch mit der Leitebene kommunizieren können. Und wir haben natürlich daneben parallel nochmal eine DDC. In diesem Fall heißt das ILC 2050 BI. Und jetzt kommt der Punkt, diese DDC, dieser ILC 2050 BI, ist dann ein smartes Gerät, was in dieses Netzwerk integriert wird und ermöglicht, die Sensoren und Aktoren, die noch nicht netzwerkfähig sind, quasi deren Informationen in das Netzwerk einzubringen. Sodass wir alle, wie Herr Schröder gerade sagte, alle Geräte eines Gebäudes, alle, von der Kaffeemaschine über den Schalter, den Lüfter, die Heizung, den Motor, alle Geräte quasi im Grunde genommen in dem Netzwerk integriert haben und sowohl die Zustandsinformationen wissen, das heißt im Grunde genommen, ist das Gerät an oder aus, die Prozessinformationen wissen, ist quasi, in welchem Temperaturwert befindet sich der Raum, was muss getan werden. Und wir im Grunde genommen im dritten Punkt auch wissen, welches Gerät ist verbaut, von welchem Hersteller, mit welcher Artikel, und wann ist es eingebaut worden. Also all diese Informationen können wir dann aus den Geräten herauslesen. Und wenn wir das als Werkzeug haben, dann ist ja die spannende Frage, wie gehen wir dann vor? Und dann ist halt der spannende Punkt, wir müssen dann auch, wie Herr Schröder schon dargestellt hat, wir müssen vom Denken anders dran gehen. Das heißt, wir müssen praktisch nicht mehr sagen, wir wollen ein Gebäude automatisieren, sondern wir müssen im Grunde genommen sagen, was haben wir eigentlich für Anforderungen an das Gebäude. Also das heißt, den Menschen in den Mittelpunkt stellen oder die Produktion in diesem Fall in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen nicht nur sagen, wir wollen das Gebäude bauen, planen, sondern wir müssen auch die Phase des Gebäudesbetriebes quasi über den gesamten Lebenszyklus betrachten. Deshalb gehen wir davon aus, dass zukünftig über den Menschen, der im Mittelpunkt steht, das Gebäudemanagementsystem sowohl im Projekt entwickelt wird, geplant wird, errichtet, betriebt und umgenutzt wird. Und ich möchte nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, der Betrieb ist die wichtigste Phase. Also Sie bauen ein Gebäude in drei, vier Jahren, aber Sie betreiben es 30, 40 Jahre. Und wenn Sie dann kein smartes, anpassungsfähiges, intelligentes System haben, dann haben Sie ein Auto, das 30 Jahre alt ist und wo Sie nichts dran machen können. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen mit der Errichtung, mit der Inbetriebnahme des Gebäudes Ihren technischen Stand eingefroren. Das heißt, wir müssen über den Gebäude-Lebenszyklus gucken und müssen gucken, wie stellen wir uns so auf, dass wir im Lebenszyklus flexibel sind. Und ganz wichtig, wir haben eben angesprochen, alle Geräte werden netzwerkfähig. Wir haben ein Netz, bauen ein Netzwerk auf. Das heißt, wir durchbrechen die Inseln, aber dadurch öffnen wir natürlich auch Tore. Das heißt, das Thema Cyber Security, IT Security im Internet der Dinge, im Gebäude hat einen hohen Stellenwert, um im Grunde genommen den unberechtigten Nutzung der in dem Netzwerk zur Verfügung stehenden Daten praktisch zu verhindern. Unberechtigten Zugriff heißt im Grunde genommen durch unautorisierte Dritte von außen, aber auch durch Missbrauch, indem ich habe zwar Zugriff auf das Datum und ich nutze das Datum, aber ich stehle mich damit durch die Nutzung außerhalb des Rechtes. Das ist der Punkt. Und wir lösen praktisch die, wir lösen die, ich nenne es immer, wir lösen die Gewerkegrenzen auf. Das heißt im Grunde genommen, wir haben zwar immer noch eine Lüftungstechnik, wir haben eine Klimatechnik, wir haben eine Heizungstechnik, wir haben eine Raumautomation, aber wir haben nicht mehr das Lüftungsgewerk, das Heizungsgewerk, das Klimagewerk, sondern wir haben ein Netzwerk, in dem alles drin ist und in dem ich praktisch meine Applikation entwickeln kann. Ganz kurz dargestellt hier nochmal, das ist so, wie es praktisch klassisch heute noch gebaut wird. Unten haben Sie wieder Ihre Feldgeräte, links die Heizung oder rechts im Grunde den Motor. Und die sind alle, und das ist heute State of the Art, die sind alle mit unterschiedlichen, gewerkespezifischen Feldbussystemen angebunden. Ich greife mal zwei raus, das ist nämlich KNX, das werden Sie kennen. Das ist ein Bussystem, welches sehr stark in der Raumautomation eingesetzt wird. Oder ein anderes System, das nenne ich mal DALI. Das ist ein Kommunikationssystem, mit dem ich in der Lage bin, Beleuchtungstechnik-Lampen, also Beleuchtungskörper-Lampen, entsprechend in ein Netzwerk einzubinden und zu steuern. Und wenn ich da kein Gateway zwischenbaue, wenn ich nicht im Grunde genommen ingenieurmäßig und technisch Maßnahmen ergreife, um diese miteinander zu verbinden, dann habe ich keine Daten aus der Raumautomation auf der Beleuchtungstechnik. Dann kann ich eigentlich diese Raumautomationslösung, so wie wir sie gerade dargestellt haben, gar nicht lösen. Das Gleiche gilt auch in der Heizung- und Lüftungsklimatechnik. Dort wird sehr stark Bagnet eingesetzt. Wenn ich kein Gateway einbaue zwischen Bagnet und KNX, dann habe ich keine Informationen aus der Raumautomation zur Regelung und Steuerung meiner im Grunde genommen zentralen Heizungs- und Lüftungssysteme. Und drittens kommt hinzu, und das steht oben drüber, was heute auch sehr stark gemacht wird. Das heißt, jeder Hersteller bietet Ihnen heute eine App, über die Sie Zustände, Informationen oder auch im Grunde genommen Daten aus Ihren Gewerken bekommen. Aber diese Apps sind dann teilweise sehr fachspezifisch, firmenspezifisch, wie hier zum Beispiel für die Heizungstechnik von der Firma Fisman, Trilux für die im Grunde genommen Beleuchtung oder Otis für die Aufzugstechnik. Am Ende haben Sie auf Ihrem Telefon, auf Ihrem Gerät ein App Zoo und Sie müssen jeweils die richtige App geöffnet haben, um die Informationen zu bekommen. Und das lösen wir auf, indem wir sagen, wir bringen alle diese Feldgeräte, und das ist dieser Migrationsfahrt, wir bringen all diese Feldgeräte mit Ihren entsprechenden gewerkespezifischen Bussystemen auf ein Element, auf eine Steuerungstechnik, die Sie hier gerade da sehen. Das ist diese DDC-Ebene. Und auf dieser Steuerungsebene konvertieren wir alle Informationen und Daten, die wir aus den Feldgeräten bekommen, die in unterschiedlichen Formaten uns zur Verfügung stehen, in ein standardisiertes, einheitliches Datenformat. Das heißt, wir entwickeln die Applikation nicht mehr innerhalb des KNX, sondern wir entwickeln die Applikation mit den gewandelten, standardisierten Datentypen auf Basis der Steuerung. Diese Steuerung bringt de facto für jedes, im Grunde genommen, dieser unten dargestellten Feldgeräte und gewerkespezifischen Protokolle Ihren, wir nennen das mal Treiber, mit. Das heißt, im Grunde genommen, auf einmal, wenn wir es so machen und alle Geräte in dieses Netzwerk integrieren, haben wir auf der Ebene der Steuerung Zugriff auf die Daten der Kaffeemaschine, auf die Beleuchtungstechnik, auf die Anzahl der Personen, auf die Helligkeit eines Raums und können daraus im Grunde genommen jeden beliebigen Use Case entsprechend entwickeln. Damit schaffen wir praktisch im Grunde genommen ein Building Internet of Things oder wie ich auch immer sage, wir bringen ein Operating System, so wie Sie es auf Ihrem PC haben, ins Gebäude rein, indem Sie nach und nach quasi Ihre Applikationen oder weitere Anwendungen installieren können. Das heißt, am Ende das Gebäude lebt. Denn deutsche Ingenieure glauben, und ich bin selbst Ingenieur, deshalb darf ich das sagen, glauben, dass sie jetzt schon darüber nachdenken können, wie sie in fünf Jahren eine Aufgabe lösen, was für eine Aufgabe das ist und dass sie eine 100% Lösung schaffen können. Das ist die Denke des Gebäudeautomatisierungs, klassischen Gebäudeautomatisierungsingenieurs. Wir denken, dass es so ist, wir müssen ein Operating System einziehen und sukzessive, so wie hier dargestellt ist, nacheinander auf diesem Operating System aufbauen, Applikationen in dem Gebäude im Grunde genommen nach und nach einbauen. Das heißt, Sie sehen hier 2017 gestartet. Dann kam zunächst die Medientechnik, updatefähig muss das System natürlich sein. 2019 kamen intelligente Mülleimer, das heißt, wir haben Mülleimer verbaut, die automatisiert den Füllstand zur Verfügung stellen mit dem Ziel, Use Case, Reinigungspersonal, quasi weiß, wenn der Mülleimer nur ins Viertel leer ist, muss ich da nicht vorbeifahren und den leeren erst, wenn er voll ist. Wir haben im Grunde genommen den Wischroboter. Frau Hoffmann, Sie erinnern sich, das war das schöne Beispiel, dass der Wischroboter praktisch automatisiert in Abhängigkeit des Bedarfes ist Dreck vorhanden, also ist der Boden dreckig, weil es draußen geregnet hat, weil wir wissen, dass man über die Wetter-App praktisch im Grunde genommen zur Tür fährt und an der Tür wischt, aber auch im Grunde genommen mit dem Fahrstuhl durch die Etagen fahren kann, in die richtige Etage fährt und in die Etagen reinigt. Herr Schröder hatte es gerade angesprochen, wir haben das Lastmanagement für die Ladesäulen da mit drin, das heißt im Grunde genommen, wenn wir Energie am Standort bereitstellen und Sie kommen mit Ihrem Elektroauto, dann können Sie sich selbstverständlich bei uns am Standort einladen, eindocken. Es kann aber sein, dass wir Ihnen nicht die ganze Leistung geben, die Sie so gewohnt sind, 250 kW, wenn Sie schon High-Power-Charging machen, sondern vielleicht nur 50 kW, weil wir so viel Energie gar nicht im Moment haben, weil das geschickt managen oder dass zum Beispiel das Thema Raumbuchung so ist, dass Sie von Ihrem Schreibtisch aus mit der Terminbuchung gleichzeitig sagen können, welchen Raum buche ich und dass quasi die Systeme, die dahinter liegen, wie Beleuchtung, Beamer, Heizung, Lüftung, Klimatechnik so aufgebaut sind, dass wenn Sie den Raum betreten, alle Geräte im idealen Zustand sind und in der Zwischenzeit der Raum sich schlafen gelegt hat, beziehungsweise wenn die Besprechung nicht stattfindet, weil Sie den Raum nicht mehr brauchen, der Raum identifiziert A, ich bin gebucht, B, ist keiner drin, also fahre ich meine Systeme wieder runter. Das heißt, Sie sehen, man kann also sukzessive nach und nach in diesem Gebäude Applikationen und Use Cases installieren. Wie geht das? Wie kann man das machen? Was muss man dann? Ich habe gesagt, wir müssen uns dann ein bisschen anders aufstellen. Sie müssen praktisch das Systemdesign an den Anfang stellen. Sie müssen also ganz am Anfang definieren, wie soll eigentlich mein Automatisierungssystem aussehen im Grunde genommen und dann davon ausgehend im Grunde genommen Ihr Gebäude wegplanen. Also nicht sagen, ich baue ein Gebäude und dann ziehe ich die Technik rein, sondern zu sagen, was will ich in meinem Gebäude, welche Ansprüche habe ich an meinem Gebäude, auch auf der technischen Seite und dann im Grunde genommen dieses Design der Lösung im Grunde genommen begleitend durch die gesamte Prozessentwicklungsphase, Gebäudephase, über alle Leistungsphasen hindurch im Grunde genommen. Ja, nicht nur Anforderungen am Anfang, sondern auch begleitend in der Leistungsphase schauen, ob das, was Sie geplant haben, auch gebaut wird. Das ist ja der nächste Punkt. Wenn Sie können ja die dollsten Dinge planen und am Ende, wenn Sie als Bauherr reinkommen, geht das Licht an, aber ob das System, das Automatisierungssystem tatsächlich das tut, was Sie am Anfang gefordert haben, das müssen Sie ja während des Bauprozesses monitoren, beobachten und auch das ist Systemdesign. Das heißt, während des gesamten Prozesses quasi zu überprüfen, ob das Systemdesign, ob der Plan im Grunde genommen auch in der Realität umgesetzt wird. Bedeutet, wir müssen ein Integrationsmanagement über alle Leistungsphasen sicherstellen und nicht sequenziell sagen, wir geben das Integrationsmanagement immer an die nächste Instanz. Um Abläufe zu automatisieren, um die Bedienung komfortibel zu halten, das sind zwei Perspektiven, wo der Mensch im Grunde genommen im Mittelpunkt steht, aber im Grunde genommen auch zu sagen, okay, wie kann ich den Energieeinsatz so effizient wie möglich gestalten und, Herr Schröder hat es angesprochen, 1,5 Grad Ziel Paris, im Grunde genommen, wie kann ich die geringste CO2-Emission erzeugen, das heißt, wie kann ich im Grunde genommen meine CO2-Emission überhaupt erstmal bilanzieren und welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die CO2-Emissionen nachhaltig zu reduzieren bis zum CO2-neutralen Betrieb. Und das bedeutet, wir müssen das gesamte Gebäude digitalisieren. Wir müssen Möglichkeit haben, Steuern und Regeln auf alle Geräte und alle im Grunde genommen Komponenten eines Gebäudes einzugreifen und das bedeutet, dass alle Geräte und Komponenten in ein Gebäudenetzwerk technisch integriert werden, dass wir eine Infrastruktur schaffen, das Internet der Dinge im Gebäude, ein Kommunikationsnetzwerk schaffen, in der Regel ist es ein Ethernet-Netzwerk, mit dem wir praktisch im Grunde genommen alle Geräte und Komponenten miteinander verbinden. Und ich darf hier auch meinen Kollegen Frank Schröder zitieren, die Leute müssen miteinander reden, die am Prozess beteiligt sind. Solange die Leute nicht miteinander reden, können auch die Maschinen nicht miteinander reden. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht nur eine Frage, wie man es technisch löst, sondern es ist auch eine Frage, wie man es organisatorisch, prozessual löst und mit welchem Mindset man im Grunde genommen in diesen Prozess hineingeht, weil nur dann kann man diesen holistischen Ansatz umsetzen. Der auch gar nicht im Widerspruch steht zu der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Hier mal dargestellt, wir haben die unterschiedlichen Leistungsphasen von 1, Ermittlung der Grundlagen bis 9, Objektbetreuung. Und da sehen Sie ganz links, Idee, Konzept, Smart Building Design, SBD. Das heißt, wir können das vorlagern. Und Sie sehen ganz rechts, wo Update und Upgrade steht und wo unten Bob steht. Dort haben wir im Grunde genommen den datengetriebenen Betrieb. Das heißt, wenn man diese beiden Perspektiven mit in den Planungs- und Projektentwicklungsprozess integriert, dann steht das gar nicht im Widerspruch zu HAOI, sondern im Grunde genommen ist ergänzend zu HAOI. Und damit im Grunde genommen gelingt es uns, diese Inseln, die durch die Leistungsphasen da sind, im Grunde genommen zu durchbrechen und quasi auch in den Prozessschritten vor Planung, Planung oder in dem Prozess Objektüberwachung, Objektbetreuung auf digitale Informationen und Daten im Sinne des Lösungsdesigns zuzugreifen. Also auch die HAOI erlaubt eine integrale Planung, wenn wir uns von richtig dem Thema nähern. ISANET. Alle Geräte sind über ISANET vernetzt. Sie alle sind zu Hause übers Internet vernetzt. Sie alle erleben täglich im Grunde genommen, wie Ihr Virenscanner arbeitet und Ihnen mitteilt auf Ihrem PC, Ihr Rechner ist wahrscheinlich sauber und Sie haben keine Bedrohung aktuell. Gleiches gilt natürlich auch in dem Moment, wo wir sagen, wir installieren ein Internet der Dinge, ein ISANET der Dinge im Grunde genommen in unserem Gebäude und dann müssen wir sicherstellen, dass dieses ISANET praktisch von außen nicht missbräuchlich manipuliert wird. Für uns Techniker steht dabei im Vordergrund die Anlagenverfügbarkeit. Das heißt 24-7 Verfügbarkeit eines Gebäudes, egal wann Sie das betreten, es funktioniert. Es bedeutet aber auch, dass Sie im Grunde genommen wissen, in welchem Zustand befinde ich mein Gebäude. Haben die Geräte und Anlagen die Performance, die Eigenschaften? Bringen Sie noch die Leistung, die mir praktisch mal durch den Hersteller zugesagt wird? Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen die Zustandsdaten der Maschine im Grunde genommen überprüfen. Sie wollen den Betrieb effizient halten. Das Thema Angriffsvolumen und Bedrohungslage bedeutet, ja, man muss sich auch mal Gedanken darüber machen, wie kann eigentlich ein Dritter, der nicht autorisiert ist, in mein Netzwerk eindringen? Und was kann der dort eigentlich tun? Und das gibt da zwei gravierende Unterschiede. Das erste ist im Grunde genommen, er bekommt die Daten durch Mithören und nutzt sie missbräuchlich in, ich sage jetzt mal, in anderen Prozessen. Oder er greift von außen rein und im Grunde genommen stört den Anlagenbetrieb mit der bösen Absicht, Ihnen ein E-Mail zu schicken und zu sagen, wenn Sie nicht bis morgen um 14 Uhr auf das Konto, auf den Kaiman-Inseln einen gewissen Geldbetrag erwiesen haben, wird er gewollt, nicht wieder in Betrieb sein. Also mit anderen Worten, je mehr wir uns vernetzen, desto mehr müssen wir uns auch gegen Bedrohungen im Kontext der Cyber Security schützen. Wo stehen wir denn eigentlich heute? Mal so eine Statistik, damit das auch noch mal ein bisschen klarer wird. Wo stehen wir denn eigentlich heute? Also 68 Prozent, wie Sie sehen, der Unternehmen in Deutschland sind bereits mal Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Es gibt sehr populäre Fälle, die durch die Presse gehen. Es gibt aber auch weniger bekannte Fälle. Wichtiger ist, dass bei 60 Prozent das zu Produktionsausfällen geführt hat, was richtig Geld hat. Das bedeutet bei uns im Grunde genommen, die Anlegungsverfügbarkeit des Gebäudes ist nur noch zu 40 Prozent sichergestellt. Und wenn Sie dann mal schauen, wo das Risiko eigentlich liegt oder die Geschäftsrisiken 2021 durch die Allianzversicherung identifiziert wurden, dann sind Betriebsunterbrechungen das höchste Geschäftsrisiko, weil das richtig Geld kostet. Und dann kann es bis zu 200 Tage dauern, bis Sie überhaupt mitbekommen, bis Sie überhaupt realisieren, dass Sie quasi im Grunde genommen, dass Ihr System im Grunde genommen für Dritte zugänglich ist, dass ein Angriff erfolgreich war, dass ein Cyber-Angriff identifiziert wurde. Und wenn Sie dann wissen wollen, wer war es denn eigentlich, dann kann es bis zu der Hälfte der Fälle gehen, dass Sie es gar nicht rauskriegen. Das heißt im Grunde genommen, Sie stehen eigentlich einer Bedrohung gegenüber, von der Sie nicht wissen, von wem Sie kommt. Und Sie stehen einer Bedrohung gegenüber, von der Sie sagen, vielleicht habe ich Sie ja schon ein Dreivierteljahr lang gar nicht bemerkt. In der Konsequenz, und das ist ganz wichtig, kostet das natürlich auch Geld. In diesem Fall bei der Produktion. Allianz hat es mal im Grunde genommen gerechnet oder IBM hat es mal gerechnet. Und das heißt im Grunde genommen, knapp 4,25 Millionen Euro kostet ein Unternehmen ein erfolgreicher Cyber-Angriff. Und das ist nicht unerheblich für Unternehmen, die im mittelständischen Bereich angezielt sind. Also brauchen wir eine umfassende Security, eine Security praktisch, die vom Design her im Smart Building Design mit integraler Bestandteil ist, während der gesamten Betriebs- und Errichtungsphase im Grunde genommen berücksichtigt wird, gemonitort wird und der Betrieb im Grunde genommen auch eingehalten wird. Das ist nicht nur die Firewall. Das ist zu wenig. Wir brauchen sie, aber die Firewall ist es nicht. Das ist auch das Verhalten. Das ist der Prozess. Das ist praktisch im Grunde genommen die Möglichkeit zu unterbinden, dass dritte überhaupt in das Netzwerk kommen. Das ist der spannende Punkt. Also es ist Prozess und Produkt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, was kann man tun? Man kann zum Beispiel erstmal sagen, okay, ich gebe meine Daten in Datenzentren, die zertifiziert sicher sind. Da gibt es praktisch im Grunde genommen in Deutschland und zum Beispiel international die 27001, die von vielen Datenzentren im Grunde genommen auch nachweislich eingehalten wird. Wenn Sie Gebäude haben, dann sollten Sie rollenbasierte Zutrittskontrollen haben. Nicht jeder sollte jeden Bereich betreten dürfen. Bei uns im Byfurnis-Kontakt, Herr Spröder wird es bestätigen, ist es so, dass die gebäudetechnischen Anlagen, da wo im Grunde genommen das Herz des Gebäudes ist, nur durch eine begrenzte Anzahl von Personen sicher betreten werden können. Alle anderen sind ausgeschlossen. Und wenn Sie als Gast bei uns sind, dann sage ich immer, fragen mich die Leute immer, wohin darf ich gehen? Dann sage ich, so hin, bis keine Tür mehr aufgeht. Und dann haben Sie Ihre, in Anführungsstrichen, natürliche Grenze erreicht. Das heißt, wir schützen uns, indem wir sagen, unautorisierte Personen können gar nicht das Gebäude betreten. Man kann so weit gehen, dass man sagt, im Grunde genommen, Sie identifizieren sich beim Zutritt des Gebäudes. Und dann weiß das System, diese Person will in den dritten Stock, in den Raum 201. Der Fahrstuhl kann sie, fährt sie nur in den dritten Stock. Alle Türen, die sie brauchen, um den Raum 301 zu erreichen, öffnen sich mehr aber auch nicht. Das heißt, die Datenübertragung muss natürlich auch verschlüsselt sein. Nicht der aktive Angriff ist manchmal die Herausforderung, sondern im Grunde genommen das passive Mithorgen. Nach dem Motto, was sind denn da für Informationen, was fließen denn da für Informationen über das Netzwerk? Frau Groller wird da sicherlich gleich noch vielleicht noch darüber referieren können, was das auf der rechtlichen Seite bedeutet. Ich sage Ihnen, auf der technischen und kommerziellen Seite bedeutet das, wenn ich mithorche, welche Maschinen was produzieren, gelingt es mir, nach wenigen Tagen eine Analyse über die Produktivität und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu machen. Bis hin zu der Tatsache, wie viele Stück pro Tag werden produziert und kann das praktisch verkaufen. Zwei Dinge müssen sich authentifizieren. Das heißt, wenn eine Information angefragt wird, dann muss der Anfragende wissen, ob der, der angefragt hat, ob derjenige ist, der das im Grunde genommen anfragen darf. Das heißt, man muss sich gegenseitig erkennen und es muss sich gegenseitig zusichern, ja, ich darf die Information haben, ja, und du darfst mich anfragen. Redundante Backups, absolut empfehlenswert. Ich denke, das werden Sie alle machen, im Grunde genommen jede Nacht ein Backup zu fahren von Ihrem aktuellen Status. Haben Sie im schlimmsten Fall bei einem Angriff, verlieren Sie Ihre Daten und Sie haben kein Backup, dann haben Sie ein riesengroßes Problem, weil Sie zum Beispiel auch nichts mehr ausliefern können. Und last but not least in der Installation, Sie können ein großes Netzwerk schaffen, aber Sie können auch im Grunde genommen Kapsel schaffen, Sie können Segmente schaffen, Sie können Areas schaffen, Sie können im Grunde genommen quasi Bereiche schaffen, die geschützt sind, dass wenn jemand in diesem Bereich ist, dass er sich von dort aus nicht im Grunde genommen im ganzen Netzwerk ausbreiten kann, dass Sie sehr schnell erkennen können, okay, ich habe ihn dort, ich kapsele ihn dort und von dort aus beseitige ich ihn wieder. Das heißt im Grunde genommen Security by Design, ganz wesentlicher Aspekt von Smart Building Design. Ja, und damit wäre ich auch schon quasi mit meinem Impuls am Ende und würde die Moderation zurückgeben an Frau Hoffmann. Ja, herzlichen Dank für den tollen Einblick, super spannend. Ich würde jetzt gerne das Wort an meine Kollegin Frau Groller übergeben, die uns ein paar Worte sagen wird, wie das denn für den Endnutzer ausschaut. Wenn ich Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber in solch einem vernetzten Gebäude bin, dann muss ich mir schon auch Gedanken darüber machen, wie ist das vielleicht für meine Arbeitnehmer, was haben die vielleicht auch für Sorgen, wenn, wie wir bei Herrn Schröder vorhin gesehen haben, genau zu sehen ist, wer da wann wie lange auf seiner Couch sitzt, wann ich vielleicht zum Kaffeeautomaten gegangen bin, wann ich aus dem Gebäude rausgegangen bin und wann rein. Und dazu werden wir jetzt einen Vortrag oder Einblicke bekommen von meiner Kollegin. Vielen Dank, genau, ich werde tatsächlich den Menschen im Mittelpunkt, wie Herr Knaffler das so schön genannt hat, etwas näher beleuchten, vor allem vor dem Hintergrund der Smart Office-Lösung. Wir haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die nun in diesem Gebäude sitzen und ihren Büroalltag darin verbringen. Genau, ich hoffe, Sie alle sehen die Präsentation so gut. Genau, und vor dem Hintergrund möchte ich einmal allgemein beleuchten, was mit den Daten passiert und dann tatsächlich etwas näher bezogen konkret auf die beschäftigten Daten im jeweiligen Smart Office. Genau, wie wir ja bereits alle wissen, vollzog sich in den letzten Jahren ein Wandel in der Arbeitswelt. Das ging weg von starnräumlichen und zeitlichen Strukturen hin zu mehr Flexibilität. Deswegen spielt das Thema Gebäudeautomation natürlich im Smart Office auch einen sehr wichtigen Aspekt und ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer wichtiger, da natürlich so das Arbeitsumfeld tatsächlich auch agiler und auch etwas freier gestaltet werden kann. Wie Herr Knaffler uns eben gerade auch schon gezeigt hat, steht der Mensch dabei im Mittelpunkt. Durch die Gebäudeautomation kann die Beleuchtung geregelt werden, Temperatur, Luftqualität und Sonstiges. Problem ist natürlich dahinter aus arbeitsrechtlicher und datenschutzrechtlicher Sicht, es werden Daten verarbeitet. Wir schauen uns gleich im Laufe des Vortrags noch etwas genauer an welche Daten. Es geht dabei insbesondere um personenbezogene Daten oder nicht personenbezogene Daten. Denn im Grunde genommen wird das Nutzungsverhalten der Beschäftigten getrackt, könnte man so sagen. Energieverbrauchsdaten werden verwendet. Man weiß, wer wann sich in welchem Raum befindet. Und ja, die Folge dieser Datennutzung ist natürlich, dass die Frage entsteht, wie können diese Daten geschützt werden? Müssen diese Daten geschützt werden? Vor diesem Hintergrund wollen wir uns einmal näher anschauen. Eine der wichtigsten Fragen, die sich vor diesem datenschutzrechtlichen Hintergrund stellt. Wem gehören diese Daten? Die Daten werden generiert, wie Herr Knaffler erzählt hat, werden verarbeitet und werden dann für Smart Services bereitgestellt. Aus rechtlicher Sicht würde man sagen, okay, Daten sind Informationen, die einen doch auch wirtschaftlichen Wert haben. Und in der digitalen Welt werden, würden jetzt Informatiker sagen, sind es viele Nullen und Einsen. Aber aus rechtlicher Sicht sind es tatsächlich wertvolle Informationen. Deswegen wird in der Literatur auch häufig diskutiert, gibt es sozusagen ein juristisches Eigentumsrecht an diesen Daten. Man könnte allerdings sagen, dass es derzeit noch kein wirkliches Eigentumsrecht gibt. Das Datenschutzrecht und der Schutz am Eigentum der Daten ist eher tatsächlich wie ein Flickenteppich ausgestaltet. Kann man sagen, die Daten werden natürlich, wenn sie personenbezogen sind, durch die Datenschutzgrundverordnung geschützt oder durch Urheberrechte oder Geheimhaltungspflichten. Es gibt aber kein absolutes Eigentumsrecht, wie das aus juristischer Perspektive gesehen wird, dass man zwischen Parteien ein absolutes Recht hat. Sofern es jetzt um Daten geht, die deswegen beispielsweise anonymisiert sind, wird tatsächlich in der rechtlichen Praxis geraten, das durch Verträge zunächst zu regeln. Wie gesagt, wenn es um anonymisierte Daten gibt, um so tatsächlich das Eigentumsrecht zumindest zwischen den Parteien, da es absolut nicht geht, in gewisser Weise tatsächlich vertraglich festzulegen. Da wir natürlich das Problem haben, dass sowohl Kunde des Diensteanbieters als auch der Hersteller diese Daten nutzen, generieren und natürlich auf Basis dessen Ansprüche sozusagen geltend machen können. Vor diesem Hintergrund, habe ich eben gerade schon mal angesprochen, stellt sich jetzt die Frage, welche Daten werden im Grundsatz überhaupt verarbeitet? Man kann, wie eben gerade bereits dargestellt und gesagt, anonymisierte Daten vertraglich sozusagen zwischen den Parteien regeln. Man kann Löschkonzepte vereinbaren, man kann sagen, welche Daten werden genutzt, welche Daten werden wie genutzt und zu welchen Zwecken werden diese Daten genutzt? Schwieriger wird es dann bei der Frage, wenn wir personenbezogene Daten haben. Personenbezogene Daten sind alle Personen, die sich auf identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen beziehen. Und im Gegensatz dazu haben wir die nicht personenbezogenen Daten. Das können zum einen einmal diese technischen Daten sein, die sich nur auf Objekte beziehen. Die Frage ist natürlich immer, sind diese Daten am Ende des Tages wirklich anonymisiert oder ist eventuell doch eine Reidentifikation der Person möglich? Genau. Sofern eine Reidentifikation der Person möglich ist, haben wir natürlich das Problem, dass es sich am Ende um personenbezogene Daten handelt. Diese personenbezogenen Daten unterliegen dem europäischen Datenschutzrecht, der DSGVO und natürlich auch, je nachdem, ob Beschäftigten Daten verarbeitet werden, zum Beispiel dem 26 Bundesdatenschutzgesetz. Dazu werde ich aber später noch einmal näher eingehen. Vor diesem Hintergrund wollen wir jetzt einmal in die Praxis schauen. Wir haben ein Büro, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Diese nutzen diese Gebäudeautomation. Jetzt fragt sich der Arbeitnehmer, was passiert mit meinen Daten? Kann man diese Daten tracken? Werde ich vielleicht überwacht? Kann man sehen, wann ich mich einlogge, wann ich das Büro betrete, wann ich das Büro verlasse? Was passiert mit meinen Daten? Werden diese Daten geschweichert? Habe ich vielleicht arbeitsrechtliche Nebenwirkungen oder Nachwirkungen zu befürchten, wenn der Arbeitgeber sieht, oh, der Arbeitnehmer ist doch eine Stunde zu spät ins Büro gekommen? Genau, das wollen wir uns jetzt anhand der nächsten Folien einmal etwas genauer ansehen. Und betrachten einmal einen Tag im Smart-Office als Arbeitnehmer. So, der Arbeitnehmer kommt in das automatisierte Gebäude. Sein Gesicht wird erfasst, biometrisch. Die Tür öffnet sich. Durch ein Bürobuchungssystem über eine App kann er sich einchecken. Er betritt das Gebäude bzw. das Büro, das Licht geht an, die Klimaanlage geht an. Man weiß theoretisch, okay, der Arbeitnehmer ist nun in seinem Büro. Um 10.30 Uhr verlässt er sein Büro. Das Licht geht automatisch aus und er geht sich einen Kaffee holen. Wenn er zurückkommt, geht das Licht wieder an. Man weiß theoretisch, okay, der Arbeitnehmer ist wieder zurück in seinem Büro. Um 12.30 Uhr geht er dann in seinen Meetingraum. Das Licht geht an. Das Bürobuchungssystem leuchtet rot, weil der Meetingraum belegt ist. Jalousien fahren runter. Das Licht geht aus nach Ende der Besprechung. Die Jalousien fahren hoch. Man weiß in der Theorie, okay, die Besprechung ist nun zu Ende. Vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage für den Arbeitnehmer, okay, was passiert mit meinen Daten? Die Frage ist, kann man den Nutzer des Büros sozusagen identifizieren? Kann man anhand der Daten auswerten, okay, der Arbeitnehmer ist um die Uhrzeit in sein Büro gegangen, hat um die Uhrzeit Kaffeepause gemacht, war um die Uhrzeit im Meetingraum, hat dann seinen Meetingraum verlassen und ist eventuell eine Stunde früher als vereinbart aus dem Büro gegangen. All diese Fragen stellen sich und das Problem ist, dass diese Daten dann möglicherweise einfach nicht mehr anonym sind und somit dem Datenschutz unterliegen. So, die Frage ist nun, wie kann man dem Datenschutz Anforderungen aus betrieblicher Sicht Rechnung tragen? Das wollen wir uns jetzt in den nächsten Folien einmal etwas genauer angucken. Wir hatten bereits festgestellt, personenbezogene Daten unterliegen datenschutzrechtlichen Anforderungen, der DSGVO, dem Bundesdatenschutzgesetz und, sofern ein Betriebsrat besteht, natürlich auch dem Betriebsverfassungsgesetz. Problematisch ist, diese personenbezogenen Daten können, wie gesagt, Standortdaten generieren und nicht nur Rückschlüsse auf den individuellen Aufenthalt geben, sondern möglicherweise auch auf Leistungs- und Verhaltensweisen. Zum Beispiel, okay, der Arbeitnehmer hat eventuell seine acht Stunden an dem Tag nicht gearbeitet, weil er drei Stunden Kaffeepause gemacht hat, beziehungsweise weil er drei Stunden nicht in seinem Büro war. Genau. Aus dem 26 Bundesdatenschutz ergibt sich grundsätzlich, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten erlaubt ist, wenn sie für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. Fraglich ist natürlich, ob jetzt das Tracken des Nutzerverhaltens, das Licht automatisch angeht, das die Klimaanlage angeht, dass das Büro über eine App gebucht wird, ob dies wirklich zur Durchführung und Begründung oder Ausführung von Beschäftigungsverhältnissen erforderlich ist. Man wird wohl davon ausgehen müssen, dass sich das so einfach nicht darunter subsumieren lässt. Deswegen stellt sich die Frage, okay, auf welcher rechtlicher Grundlage könnte man das datenschutzrechtlich dann durchsetzen? Es besteht noch eine weitere Möglichkeit über die Einwilligung des Beschäftigten. Problematisch ist an dieser Stelle bei der Einwilligung, diese muss natürlich zum einen eingeholt werden und zum anderen kann diese Einwilligung von den Beschäftigten zur Verarbeitung der Daten nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Im Arbeitsverhältnis ist das natürlich immer schon ein bisschen die Frage, ob das freiwillig ist, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, eine Einwilligung neben dem Arbeitsvertrag, bei Abschluss des Arbeitsvertrags legt und sagt, okay, bitte willige ein. Da ist die Problematik im Hinblick auf den Nachweis der Freiwilligkeit gegeben. Ein zweiter problematischer Punkt ist zudem auch, dass der Beschäftigte beziehungsweise Arbeitnehmer diese Einwilligung natürlich immer wieder rufen kann. Das heißt, eine wirkliche Rechtssicherheit ist natürlich dann nicht da. Vor allem stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt das ganze Smart Office automatisieren lassen und die Beschäftigten sind mit einigen dieser Maßnahmen möglicherweise nicht zufrieden oder widerrufen dann sozusagen ihre Einwilligung. Grundsätzlich gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit. Sofern natürlich in dem Betrieb ein Betriebsrat besteht, könnte man das Ganze über eine kollektivrechtliche Vereinbarung lösen, nämlich indem man eine Betriebsvereinbarung abschließt mit dem Betriebsrat, die die näheren Dinge wie zum Beispiel die Datenverarbeitung, Löschkonzepte, Zweck der Datenerhebung, alles genauer regelt und im Rahmen des Datenschutzrechts eine Ermächtigungsgrundlage sozusagen bietet. Grundsätzlich, wenn ein Betriebsrat im Betrieb besteht, hat er nach 87 Nummer 6 betriebsverfassungsgerecht bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die insbesondere auch dazu bestimmt sein können, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, zunächst ein Mitbestimmungsrecht. Das heißt, das müsste man eh mit dem Betriebsrat im Betrieb abstimmen. Und darüber hinaus haben Arbeitgeber und Betriebsrat auch gemeinsam die freie Entfaltung der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. Das heißt, durch diesen Abschluss einer Betriebsvereinbarung muss man sich am besten mit dem Betriebsrat zusammensetzen, verhandeln. Klar, das ist nicht immer ganz einfach, aber andererseits muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass der Betriebsrat Arbeitnehmervertreter ist und für die Arbeitnehmer natürlich auch so ein gewisses Gefühl an Sicherheit bieten kann, indem Vereinbarungen abgeschlossen werden, die den personenbezogenen Datenschutz regeln. Insbesondere, wenn man dann in diesen Betriebsvereinbarungen Regelungen mit aufnimmt, die insbesondere Sachen oder Regelungsinhalte zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle beinhalten, dass man zum Beispiel Einschränkungen trifft, dass das nur möglich ist, sobald ein schwerwiegender Verdacht auf mögliche Straftaten besteht. Des Weiteren sollten darin Löschkonzepte geregelt werden. Der Zweck der Datennutzung sollte ausgiebig dargelegt werden. Dann sollte natürlich auch ausgiebig dargelegt werden, welche Daten überhaupt verwendet werden. Und im Wege so einer Betriebsvereinbarung wird natürlich auch ein gewisses Sicherheitsgefühl für die Arbeitnehmer geschaffen, da die wissen, okay, der Betriebsrat als unser Vertreter hat das mit dem Arbeitgeber verhandelt. Des Weiteren hatte Herr Knaffler ja auch bereits erwähnt, technische und organisatorische Maßnahmen sollten bei der Technikgestaltung auch unbedingt im Hinblick auf Datenschutz abgestimmt werden. Das heißt, auch dabei sollten die Datenschutzgrundsätze beachtet werden. Dann möglicherweise sollten so viele Daten wie möglich anonymisiert werden, damit natürlich, ich sage jetzt mal, so wenig datenschutzrechtliche Problematiken auftreten können. Ich sehe gerade, die Zeit wird etwas knapp. Ich hatte jetzt zum Abschluss noch ein ganz kurzes Beispiel aus der arbeitsrechtlichen Praxis. Und zwar geht es da um das Problem eines Arbeitszeitbetruges. Ich werde es jetzt nur einmal ganz kurz zusammenfassen. Grundsätzlich kann natürlich ein Arbeitszeitbetrug eine Kündigung rechtfertigen. Problematisch war in diesem Fall, ich werde den Sachverhalt einmal kurz zusammenfassen, der Arbeitgeber hatte ein Videosystem am Eingang installiert, was allerdings nicht dazu benutzt werden sollte, zu tracken, wann der Arbeitnehmer sozusagen in das Gebäude kommt, sondern einfach nur zur Sicherheit dienen sollte. Dann gab es noch ein elektronisches Zugangserfassungssystem. Darüber gab es eine Betriebsvereinbarung, in der geregelt war, okay, die Daten dürfen nicht zur Leistungskontrolle genutzt werden. Problematisch war nun, der Arbeitgeber hat genau diese Daten alle ausgewertet. Was ist am Ende des Tages leider passiert? Die Kündigung war unwirksam, denn es gab zwar diesen dringenden Verdacht, aber die Daten, die der Arbeitgeber einmal durch Videoüberwachung und einmal durch Auswertung des Arbeitszeitsystems erfasst hat, hätten nicht ausgewertet werden dürfen und unterlagen einem Beweisverwertungsverbot. Hier sieht man an einem schönen Beispiel, dass einmal durch Betriebsvereinbarung Regelungen getroffen werden können, sodass die genau ausgeschlossen wird, dass Daten missbraucht werden oder anderweitig zu Zwecken genutzt werden, die nicht geregelt sind. Und andererseits sieht man auch, dass hier sozusagen der Arbeitnehmer durch datenschutzrechtliche Regelungen im Gegensatz zum Arbeitsrecht tatsächlich geschützt ist, da eben diese Regelungen bestanden. Dann Fazit und Ausblick nur noch einmal ganz kurz. Der 26 Bundesdatenschutzgesetz ist gerade tatsächlich in aller Munde, da es eine EuGH-Entscheidung Ende März gab, die so kurz und knapp zusammengefasst hat, dass der in seiner derzeitigen Form so nicht bestehen kann, da nur Regelungen der Datenschutzgrundverordnung wiederholt werden. Es bleibt daher sehr spannend, was sich der Gesetzgeber nun überlegt. Es wurden bereits Vorschläge in einem Positionspapier vorgelegt für einen modernen Beschäftigten-Datenschutz. Es sollen auch viele technische Umsetzungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung erfolgen, auch was die Nutzung von genau eben Daten in Gebäudeautomationen und im Smart Office betreffend geregelt werden. Ja, es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber das auch so umsetzt und ob das am Ende des Tages auch praxisrelevant ist. Genau. Vielen Dank. Ja, vielleicht eine kleine Zusammenfassung von meiner Seite. Also aus meiner Perspektive haben wir heute gehört, wir brauchen für unsere Bestandsimmobilien, aber auch für unseren Neubau viele intelligente Systeme, vor allen Dingen auch, um die Aufgaben in Bezug auf Energietransformation und Nachhaltigkeit für die Zukunft umsetzen zu können. Wir haben auch gehört, wir haben verschiedene arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Anforderungen, die wir beachten müssen. Aber die guten News sind, wir bekommen das alles in den Griff. Wir müssen unsere Arbeitnehmer mitnehmen. Natürlich auch durch so coole Sachen. Ich freue mich immer über dieses Roboter-Beispiel, wenn der einfach so durchs Gebäude fährt und gerufen werden kann und die Sachen aufwirft. Das sind Kleinigkeiten, aber durch solche Sachen kann man auch immer seine Mitarbeiter mitnehmen. Und wenn Sie solche Konzepte installieren wollen in Ihrem Haus, in Ihrem Office mit Ihren Arbeitnehmern, nehmen Sie die mit. Hören Sie sich an, was die vielleicht gerne hätten, was Sie gerne nicht hätten und schauen Sie dann, wie Sie das umsetzen können. Wir freuen uns, dass Sie heute an unserem Webinar teilgenommen haben. Wir haben uns jetzt auch im Nachgang noch Zeit genommen, falls Sie noch Fragen haben oder mit uns gerne diskutieren wollen. Ja, Herr Knaffler, Sie dürfen gerne sich zu Wort melden. Also ich möchte noch mal vor dem Hintergrund auch was Frau Groller gesagt und vor dem Hintergrund, was wir hier vorgestellt haben, noch mal deutlich darauf hinweisen. Personenbezogene Daten, Frank, da stimmst du mir bestimmt sofort zu, personenbezogene Daten brauchen wir für den smarten Betrieb eines Gebäudes nicht. Ich muss nicht wissen, dass Frau Hoffmann dann und dann in dem Büro gesessen hat. Was wir natürlich brauchen, sind im Grunde genommen die durch den Nutzer auskönigsten Informationen. Das heißt im Grunde genommen, ist Ihr Arbeitsplatz besetzt oder ist Ihr Arbeitsplatz nicht besetzt. Wer dort sitzt, ob Sie das sind oder Ihre Kollegin sich da hingesetzt hat, ist für den smarten Betrieb eines Gebäudes und für die Information vollkommen irrelevant. Und ist auch nicht Gegenstand im Grunde genommen einer jeglichen technischen Lösung an der Stelle. Die Herausforderung, und da kann Frank Schröder gleich noch ganz kurz was zu sagen, besteht natürlich darin, dass, wenn man tiefer reingehen will, zum Beispiel Sprachsteuerung nutzen möchte mit Alexa, dass dann im Grunde genommen auf einmal sehr viele Bedenken entstehen, wie sich schon so viel gesagt haben, bei den in dem Büro tätigen oder in dem Hausgebäude tätigen Menschen nach dem Motto, bin ich dann trotzdem identifizierbar. Und das ist der Punkt, den man sicherlich im Grunde genommen sehr klar auch kommunizieren muss. Und das muss man auch sehr klar, glaube ich, darlegen, dass das nicht der Fall ist. Dass man im Grunde in der Lage sein kann, identitätsfrei im Grunde genommen Daten zu nutzen, mit Ausnahmen wie zum Beispiel Zutrittskontrolle, Hotelzutritt, etc., etc. Aber auch da kann man sicherlich anonymisieren. Und wenn ich da vielleicht eine Rückfrage stellen darf, die Daten werden dann auch so erfasst, dass die dann wirklich nicht auf die Person quasi zurückführbar sind. Also angenommen, ich hinterlege mir für mein Büro ein bestimmtes Nutzerprofil. Ich hätte gerne immer 22,5 Grad. Mein Tisch wird immer auf die Höhe X gestellt. Und im Winter hätte ich gerne immer 25,5 Grad. Das ist dann auch durch mein Nutzerprofil, was ich mir einstelle für meine Office-Nutzung, dann trotzdem nicht auf mich rückführbar, weil nur ich diese Daten quasi habe und sonst kein anderer Arbeitnehmer. Also weil die Frau Koller zum Beispiel sagt, ich brauche immer ein bisschen Geld da oder ein bisschen wärmer, dann ist halt klar, okay, ich kann nicht in dem Büro sitzen, wenn diese bestimmten Daten vom System abgerufen werden. Solange Sie, also das System, und so ist es auch aufgebaut, solange Sie nicht mit Ihrem Kollegen darüber sprechen, welche Nutzerdaten Sie im Grunde genommen eingestellt haben, was Ihr Profil ist, das Sie für sich persönlich identifiziert haben. Das System erkennt Ihr Profil nicht und erkennt Ihr Profil, aber kann Ihr Profil Ihnen nicht zuordnen. Das weiß nur, jetzt ist die wieder die Person da, die das Profil angelegt hat, 22 Grad, 50 Prozent Beleuchtung und Schreibtisch 82 Zentimeter. Wer das ist, weiß das System nicht. Wenn Sie es ihm nicht sagen oder mit Ihren Kollegen darüber sprechen. Aber ich muss ja irgendwo in der App irgendwann mal diese Daten für mich hinterlegen. Das heißt, also ich muss ja irgendein System, muss ja wissen, wenn die Frau auf mal ins Büro kommt, muss ich auf 22,5 Grad kühlen. Nee, Sie müssen im Grunde genommen nur sagen, über Ihre App Profil 1 und dann sendet Ihre App im Grunde Ihre App, ohne dass praktisch eine Signatur dahinter liegt, von wem das kommt. Ich stelle das jetzt ein. Ich brauche ja nur die Information. Ich brauche ja nicht wissen, von wem die Information kommt. Wenn man es natürlich, ich weiß, dass wir auch Hotelbetreiber mit drin haben und wenn ich jetzt zum Beispiel an bestimmte Gebäude denke, wie zum Beispiel The Cube in Berlin oder Montagne du Parc in Brüssel, da ist es halt so, das haben wir heute schon. Sie haben heute schon über eine RFID oder über eine NFC-Karte im Grunde genommen autorisierte Zutrittssysteme, wo Sie praktisch sagen, aus Sicherheitsgründen sagen, okay, ich bin autorisiert, diesen Raum zu betreten. Das heißt aber nicht, ganz wichtig, wenn da kein Mensch sitzt, der Sie kennt, das gibt es ja auch, wenn da kein Mensch sitzt, der Sie kennt, heißt das nur, diese Karte darf die Tür öffnen. Wer die Karte in der Hand hat, weiß auch kein Mensch. Wenn nicht jemand sitzt, der dann nochmal prüft, dürfen Sie diese Karte haben, wie ist Ihr Ausweis und so weiter. Aber dann sind wir in ganz anderen Sicherheitsbereichen im Grunde genommen unterwegs, die Sie von vorn an akzeptieren, wenn Sie da reingehen. Aber am Ende des Tages muss keiner wissen, wem das Telefon, die Karte oder diese Einstellung gehören für den smarten Betrieb des Gebäudes. Das heißt, damit mein Arbeitgeber quasi keine Daten über mich als Person hat, quasi identifiziere ich mich in diesem smarten System nicht als meine Person, sondern als Nutzer 1, 2, 3, 5, 18, 25. Zum Beispiel, zum Beispiel, ja. Wäre eine Lösung. Kann eine Lösung sein. Und wenn Sie jetzt einen Wunsch an den Gesetzgeber stellen könnten, was wäre jetzt Ihr Wunsch, um quasi diese ganzen smarten Systeme besser installieren zu können und damit wir jetzt quasi unsere Gebäude fit für die Zukunft bekommen? Darf ich die Antwort an Frank Schröder weitergeben, weil er tatsächlich mit der Herausforderung kämpft? Gerne, auch tatsächlich aus technischer Perspektive und nicht jetzt nur aus rechtlicher Perspektive. Ich weiß gar nicht, ob ich den Wunsch an den Gesetzgeber habe oder ob ich das an den Nutzer habe. Aber wenn wir so vernünftig umgehen, wie Frau Kohler das gerade geschildert hat mit der Perspektive, dann sind wir schon mal ein Stückchen weiter. Ganz banal. Mich interessiert es ja nicht, wer durch die Tür durchgegangen ist, sondern ich weiß, dass nach 25 Mal Außentürbenutzen einfach dahinter direkt liegt und ich muss es sauber machen. Und ich glaube, wir brauchen genau die Perspektive, wo Frau Leyen gerade reingeschrieben hat, sinnhaft mit diesen Perspektiven umzugehen und nicht das Feigenblatt rüber zu geben. Uns geht nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen unser Webinar für heute. Sie haben unsere Kontaktdaten, bekommen Sie auch gleich noch mal in der Präsentation. Sie können jederzeit auf uns gerne zugehen mit Ihren Fragen. Sie können uns anrufen, wenn Sie mit uns noch was besprechen wollen. Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Zeit. Ich fand es wie immer sehr spannend. Ich danke auch unseren Gästen von Phoenix Contact, dass sie heute mit uns dieses Webinar gemacht haben. Ich danke meiner Kollegin, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.